So Piers jetzt mitkommen Piers Where the hell is he? Ich muss selbst nicht fahren Was ist das? Was ist das? So, wir haben hier gar keine Radio Was? Ein Geld kostet für ein Platz? Das war mehr wichtig Ja, okay, dann ist das für dich Es ist die schwarze Klappe mit dem Klappe Also wir müssen diesen Lorraine jetzt finden Diesen französisch-baygischen Bastard Der unseren Chef umgelegt hat Beziehungsweise unseren Kumpel Ich bin ja Chef Ich weiß nicht, dass die Leute da sind Wir gehen nach der Rückseite Du denkst nicht, dass die Rückseite stecken? Es sind wie zwei Punks Was ist das in der Mitte, motherfucker? Lass deine Tampone rein und lass uns das machen Oh, da sieht's aus, als wenn die Unverwacht Unverwacht Das is your kind of plan? What a plan was that? Komm her, ja Zack, zack, zack Gar kein Problem Hopp Und hier rein geht's jetzt Ja, drinnen ist bestimmt wesentlich unbewachter Bleibt was? Das ist natürlich ungünstig Das ist ja gar kein Problem Und snappern kann ich auch Und das kann's ohne Snipergewehr Au, Arschloch Au, Arschloch Ja, war's das? Ich dachte ich mir schon, dass das Impressive ist Ah, ich hab doch Auch die Pussy hier Unethical So, was sind die anderen Spassies? Hm, lassen wir ihn durch Let's rolling, rolling Mann, was soll denn das? Schießt die auf mich, oder wie? Er schießt ja trotzdem auf mich, die Schlampe Obwohl ich die Gehirn manipuliert habe Als wenn ich falsch davon halten soll Oh nein Das find ich jetzt nicht so geil Aber gar kein Problem Aber gar kein Problem Was der kann, kann ich schon lange Und zwar mit Steel Wichser So, und jetzt hab ich das dicke Gerät hier Hallo Hallo Ich spalle hier einfach alles weg Ich hab keine Probleme Wann ist das sehr schwer Tputer Ich kann sie schlörern Ich kann sie, sie tragen teethateln Man das lasst mich州 estarben Das ist genau da wo sie gehört, bei mir. Ey, dich. Big dich. Why so serious? Why so serious? Why so serious? Ah, ich hab da was auch verdient. Die volle Ladung Blei könnt ihr jetzt fressen. Leute, das bringt doch alles nicht. Let's go. Wow, ich hab da was. Sieuen nicht. mein scheinet mein schöner minigun ist leer das wird aber ja nö kann ja nicht sein oh wir müssen die jetzt decken würde ich sagen kommt denn der scheiß sniper her hast du auch viel zu snipern frisst blei arschloch du stellst dich fünf meter vor mich und versuchst mich abzusnipern bist du blöd oder so kannst du auch nicht machen hat gar keinen sinn so mini powder aufs korn geschah ja 6.000 so mag ich das ich habe doch gar nichts gemacht auch hier zu schießen mann mother fucker mein bike ich habe mal sowas von weg tschüss ihr penner ouch da war ein drittchen baum ja ist ja gut auf mich zu jagen dann der scheiß ich kann nicht gut das war ein drittchen baum dann schab wird gekauft ja freundlich feier reinladen waffen verbessern diese hier zwei geht da nicht nicht die da auch nix das schon irgendwie ein bisschen blöd oh bargeld sehr nice verösserung ist hier ein gewehr nehme ich da auch immer gerne so wo ist jetzt mein bike da ist es ja okay das war es schon mehr wollte ich gar nicht machen mein die diesen kommt an ich davon Ah, das ist ein bisschen groß für euch. Oh ja, so mag ich das. Oh ja, das ist ein bisschen großartig. 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 Oh ja. Oh ja, das ist ein bisschen großartig. Sniper? Fuck off Sniper! Die Sniper mache ich da locker kalt Sobald ich mal so ne Munition habe dafür Zack, zack Hey, da sind ja noch ein paar Kumpels um uns zu helfen Oh man Ich hab ihm ne Granate am Kopf geworfen und er ist umgefallen Das finde ich sehr lustig Ich brenne, ich brenne Oh er bringt jetzt auf Hör mal auf mich zu verfolgen hier, großer Au Wow Lürf nicht mit meinen eigenen Leuten nach mir Sonst schon gar nicht mit Schaundi Keiner liebt dich Big guy Okay Oh 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 Das war's für heute.